Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Hier seht ihr nochmal die drei Stuten, die ich euch im letzten Video vorgestellt habe, die ganz neu bei uns eingezogen sind. Hier die zwei Braunschecken und oben die Fuchsstute. Das ist allerdings nicht so ganz der aktuelle Stand. Ich habe euch zwei Stuten noch nicht vorgestellt, die aber eigentlich schon ein bisschen länger bei uns wohnen. Die zeige ich euch jetzt gleich mal. Die wird hier mal wieder von Vanilla verfolgt, wie immer. Die Stuten sind schon einige Monate hier, sind auch eigentlich schon fast den ganzen Sommer mit bei Gigolo in der Herde gelaufen. Die kommen aus einer Zuchtauflösung und ich hatte halt zugesagt, die zu nehmen und weiter zu vermitteln gegebenenfalls. Ich habe sie jetzt aber eigentlich noch nicht groß angeboten. Ich denke mal, die eine Stute würde ich wahrscheinlich gerne behalten. Die andere, da wird es wohl so sein, wenn sich ein gutes Zuhause findet, das sie dann umziehen dürfte. Das sind, wie gesagt, zwei Stuten. Farblich ist wieder ein Fuchs dabei, wo ich ja im letzten Video schon gesagt habe, ich habe so viele Füchse. Aber gut, letztendlich ist die Farbe ja auch immer nur zweitrangig. Das ist eine Fuchsstute und eine braune Stute. Ich gucke mal gerade, wo sie sind. Ich glaube, sie sind irgendwo ganz da hinten in einem Pulk bei den restlichen Ponys. Wir genießen gerade noch das gute Wetter. Also es sind zwei Stuten. Einmal eine dreijährige Stute, das ist die Fuchsstute, die heißt Olivia. Die haben wir im Sommer auch schon mit zur Stuteneintragung gehabt. Ist da Verbandsprämienstute geworden. Ist 81, meine ich, Zentimeter groß. Eine ganz, ganz liebe Stute. So eine etwas dunklere Fuchs. Hat eine sehr gute Abstammung. Ist charakterlich wirklich, also eigentlich wie so ein typisches Gärlinger mit einem Pony. Mega unkompliziert, auch vor der Schau, als wir die gewaschen haben und so. Also die war einfach nur unfassbar brav. Da hinten habe ich sie entdeckt. Hinter den anderen, manchmal muss man ein bisschen gucken. Hier vorne steht Niki, der Olivia, dass man die Füchse so von Weitem auch alle richtig sortiert. Hier sieht man auch wieder ganz gut diese ganze Farbpalette von Rot über Beige und Peach mittendrin. Die fällt halt ein bisschen aus der Reihe. Weil sie einfach ein bisschen dunkler ist. Genau, da ist Niki. Der hat auch noch wunderschöne Zöpfe in der Mähne. Ich habe den ganzen Teil Ponys schon aufgehübscht. Also wenn die von der Sommerwiese kommen, dann meistens wasche ich einmal alles. Mähne schweif und dann kommt richtig ordentlich Mähnspray rein. Und dann mache ich die ganzen Zöpfe raus. Bisher habe ich allerdings erst, ja, ungefähr die Hälfte der Ponys. Also die Jungstuten sind soweit fertig. Die Köhenherde auch fast komplett, wie hier ist Self zum Beispiel. Dahinter, die ist schon fertig. Und das ist jetzt Olivia. Die hat so ein bisschen hier vom Wind gerade die Augen so ein bisschen. Verknistet, das nicht richtig entzündet. Also die Schleimhäute sind jetzt nicht gerötet oder so. Die tränen ja einfach schon mal ein bisschen hier in dem Wind, wie man sieht. Die letzten Tage war es ja noch windiger. Genau, das ist Olivia. Wie gesagt, ich finde sie mega niedlich. Vor allem den Kopf finde ich super schön. Die hat ganz gute Bewegungen. Hat, wie gesagt, eine gute Abstammung. Ist sonst absolut korrekt und gesund. Wie gesagt, bis auf gerade so ein bisschen diese verknisterten Augen. Und sie ist natürlich gerade dreckig, weil die Ponys gehen natürlich bei jedem Wetter auf die Wiese, ob sie wollen oder nicht. Und heute Morgen hat es auch schon mal geregnet. Und dann legen die sich natürlich mit Vorliebe in die Schlammstellen, die es hier gibt. Obwohl ja genug trockene Fläche vorhanden ist. Das Wälzen macht ja am meisten Spaß im Schlamm. Ja, hier übrigens unsere beiden Fohlen, die dieses Jahr bei uns zur Aufzucht bleiben. Finde ich immer ganz witzig. Den größten Unterschied von Pocahontas rechts zu Prinzessin links. Sechseinhalb Monate zu viereinhalb Monate. Ist auch immer ganz lustig. Da oben kommt übrigens die Nani nochmal angerannt. Die neue Braunschekstute. Ja, ist auf jeden Fall ganz lustig. Also die zwei bleiben ja bei uns zur Aufzucht. Und die werdet ihr sicher noch häufiger sehen. Auch beides. Also von einem Gigolo-Jahrgang war ich dieses Jahr auch wieder mega begeistert. Ja, die neuen werden hier natürlich leider noch so ein bisschen angezickt. Hier zieckt gerade Estelf ein bisschen rum. Ja, da müssen die leider am Anfang ein bisschen durch. Die müssen natürlich auch die Rangordnung erst mal klären. Das ist halt leider einfach so. Die tun sich auch nichts, außer dass die sich so ein bisschen rumschicken. Und da kommt schon Nummer zwei. Das ist Marissa. Das ist die zweite von diesen Stuten. Das ist eine braune Stute. Hat auch eine sehr interessante Abstammung. Also die ich sehr gerne mag. Ja, wird leider auch von den anderen noch so ein bisschen angezickt. Das bleibt schon mal nicht aus. Die ist jetzt so ein bisschen im Winterfell, ja nicht, also im Sommerfell war die extrem schick. Also wirklich ein unfassbar schönes Pony. Jetzt ist sie auch noch schön, aber die sehen natürlich jetzt alle gerade, wo die Fellschieben so ein bisschen zörtelig aus. Und die ist auch eine sehr korrekte Stute, ist fünfjährig. Sie kamen beide ungedeckt. Also Olivia ist ja eh erst drei dieses Jahr geworden. Beide nicht beim Hengst gewesen. Sind also beide bei Gigolo gelaufen. Jetzt über den Sommer. Ich denke mal, dass sie tragend sind. Ich weiß es aber nicht genau. Wir haben jetzt noch keine Ultraschalluntersuchung oder so machen lassen. Würde ich aber wahrscheinlich dieses Jahr einmal machen, weil wir hatten ja jetzt wirklich mal so ein paar Stuten dabei, wo wir gedacht haben, okay, die sind auf jeden Fall tragend. Und dann war doch kein Fohlen drin. Und das ist natürlich immer so vom Füttern her und so. Dann guckt man schon ein bisschen anders. Genau, deswegen mit viel Glück ein Gigolo Fohlen da drin. Sie ist bei uns hier super brav. Uns wurde gesagt, dass sie wohl schon mal ein bisschen schwierig ist und wohl auch schon mal geschnappt hat. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also die ist bei uns wirklich ganz, ganz lieb gewesen. Auch beim Schmied hat sie wohl mal Schwierigkeiten gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Gar nicht. Also die war genauso brav wie alle anderen auch. Es war gar kein Thema. Und auch so im Umgang. Also sie ist ganz unkompliziert. Also Wieke da unten, wie man jetzt gerade da links gesehen hat, ist ja zum Beispiel so eine Stute. Die kriegt man nur am besten mit einem Einmal Futter eingefangen. Also bei mir geht es mittlerweile mit Fremden gar keine Chance. So war die schon, als sie vor sechs Jahren zu uns kam. Sie ist mittlerweile 18. Da wird sich auch, glaube ich, nichts mehr ändern. Das ist hier auch total anders. Also wie gesagt, bei uns super unkompliziert. Ich mag die richtig gerne. Und ja, eigentlich war geplant, dass, wie gesagt, beide vermittelt werden sollen. Da ist kein Zeitdruck dahinter. Also so, wie es passt. Aber bei ihr tatsächlich überlege ich halt, ob sie vielleicht dabei. Ich finde die auch vom Auge her, sieht die einfach super lieb aus. Ich konnte das gar nicht verstehen. Also sie waren am Anfang natürlich so ein bisschen vorsichtig immer bei ihr. Jetzt wird sie auch nochmal weggejagt. Ist ja auch einfach so ein Biest, ne. Das war mir natürlich so ein bisschen vorsichtig. Aber das war jetzt bei uns, wie gesagt, überhaupt gar kein Problem. Die war super lieb. Da kommt Wolke nochmal anmarschiert. Die zickt auch mal gern rum. Obwohl sie ja erst zweijährig ist. Meint die auch, sie muss hier die älteren Stuten mal so ein bisschen einnorden. Schon mal so ein bisschen anstrengend mit ihr. Aber, ja gut, die ist natürlich auch hier geboren. Also, wenn dann jemand Neues dazukommt, kann man dann schon mal gerne rumzicken. Da oben chillen noch so ein paar unter den Bäumen. Da sind auch die neuen anderen drei Stuten mit dabei. Ja, die rotten sich schon noch so ein bisschen zusammen. Hier, wie gesagt, nochmal Olivia. Ich finde das Gesicht, also den Kopf von ihr unheimlich schön, muss ich sagen. Sie hat eine total angenehme Größe. Ist halt jetzt dreckig, ne. Also, stellt euch das Pony in gewaschen und geputzt vor, sieht es nochmal ganz anders aus. Hier Whiteberry nochmal. Die hat ja sowieso, finde ich, die witzigste Farbe. Mag ich total gerne. Die sieht aus wie so ein Latte Macchiato oder so. Oder so ein Paramell-Pudding. Hat auch gut Paramell heißen können. Genau. Von daher seid ihr jetzt zumindest mal auf dem aktuellen Stand. Also, es ist jetzt so, mit Marissa und Olivia waren es 14 aktive Zuchtstuten bei uns zurzeit. Plus jetzt die drei Mädels, die dazugekommen sind. Die ja, wobei ja eine Jungstute dabei ist. Also eigentlich zwei erwachsene Stuten. Wären es jetzt 16. Oh, Estelf. Ne, Euranka. Oh, erstmal Wasserbottich rumplanschen. Super. Hauptsache, das Wasser ist dann erstmal schön eingematscht. Und halb leer. Das machen die ja gerne, ne. Die Köhenherde vor allem macht das immer super gerne. Genau, also wir haben jetzt aktuell mit den zwei neuen Ponys von der Versteigerung, von der Auktion, haben wir 16 quasi aktive erwachsene Zuchtstuten plus sechs Jungstuten und die zwei Fohlen, die geblieben sind. Zwei Stuten, also Wendy und Wieke, die werden nächstes Jahr 19 sind nochmal tragen. Für nächstes Jahr, da ist natürlich die Frage, wie lang bleiben die noch in der Zucht? Schickt man die irgendwann mal in Rente? Aber es kommen ja auch immer genug Jungstuten nach. Genau, welche Ponys uns verlassen haben im Laufe des Jahres, da mache ich euch nochmal ein separates Video zu. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.